Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 ok ich hatte recht mit kenny aber was sollte das also käme ich wusste es ich hab's einfach geraten den regenbogen benutzt auf seine kappe ich hab mich selber gekillt auf einmal hinter mir höre ich bin in der anderen ecke des netzers weg jemand tot ich glaub Singu war einer ist gestorben und Singu hat seitdem nichts mehr gesagt auf mich wurde er geschossen er freut sich auch noch richtig dabei also es wurde irgendwas mit Singu gesagt da dachte ich dass Singu vor mir steht dann hab ich einfach abgedrückt aber äh ja letztendlich war es Kenny war Ligo? Hi ja da war Kennys Leiche ja stimmt kann ich mal irgendjemand wegbringen oder so am besten keine ahnung dass er nicht wiederbelebt werden kann oder so mhm im netz war es keiner ja nimm mal mit mein Lehrer soll ich hier rein? wer lebt denn noch? ey Trader Falle wurde aktiviert die Trader Falle wurde aktiviert Idiot Anarchie ah lol Singu was machst du da? versuche auf den Turm hochzuschießen all cops are bastards äh ich weiß nicht wie das geht ich find nix falsches ich glaub auch noch daneben auf den Schalter oder so hier? ich weiß es nicht ich weiß es nicht Robert es tut mir leid Leggig Simi drück das ich weiß es nicht ich komm da nicht mal raus jetzt ich komm da nicht mal raus jetzt ich drück hier gar nix weil ein falschen Knopf und du bist real probier es einmal einmal auf den Ton gehen Robert ich weiß nicht welcher ich weiß nicht es gab die Tür zu mir ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht was ist das denn mit? ähhh jungen fern stinkt und ich sag halt und ich scheiße jungs komm ich hier raus? frag mal die scheiße geil oder so B**** Nein! Scheiße, oder ne? Bist du so tot? Nein Er gibt dich jetzt noch Es gibt nur einen Weg, dass wir hier drin sterben können Also zwei Wege Ja, sag es aber denen nicht! Ja, die sind schon nicht Aber nur mal so zu Wahrscheinlichkeiten Warum sind alle so ruhig? An der Seite? Ich sag's dir, wir sind safe los Swaggy, Swaggy, Swaggy ist es Ok, Swaggy Ich dachte mir, der ist es Weil der kam hin 100% mit dem Radar So, ja dann war's Swaggy Du hattest nur ganz kurz gesehen Wieder hoch und dann wieder runter Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter Ah, ist das spannend So So Wolle dich sein Ah Wolle bitte Zeit beschleunigen Wolle, die hat halt ein Radar und kommt trotzdem nicht Ich will das glaub ich Ich will nämlich, warte, warte, warte Warte, warte Du, dass ich das aufnehme Oh und Jetzt stell dir mal vor 8 Minuten runden Ey Adam Deswegen geht der Plan los Adam Nein, du das doch nicht Der kann uns trotzdem nicht sehen Der kann die Schüsse sehen Stop Stop Fuck Ich hab nichts versehen Wo Wo ist Ja, Mann Will ich Haben die Schämie Alter, was ist denn das? Hä, haben die Schämie eingepackt? Wie soll ich es verstehen? Was ist denn das? Hä, wie sind wir Ken, verstehst du das? Nein Und ich versteh nicht, wie ich das überleben konnte Und ich hab immer meinen Schmarrang verloren Ich hab meinen AK ausgesehen rausgebrochen Ich hab meinen AK ausgesehen rausgebrochen Niemann den verraten Ja, ja Alter, was ist denn das? Ich hoffe, du bist traitor Ne, ne, ich bin Enno Ich auch Sveggie Oh, Enno, geh weg Kann man nicht mehr raus, oder? Nein Warte mal Warte mal, warte mal Ich versuch jetzt was aber Wenn ich dabei sterbe, dann ist es mir auch egal Seht ihr mich? Ich krieg übrigens Schaden, weil ich ins Loch gefallen bin Oh Hast du ja Disco? Ah, ich versuch's auch mal Könnt ihr meine... Oh Hier, da vorne ist jemand gestorben Oder nicht? Ich sterbe auch nicht Ich bin Detective, wo? Doch, doch, doch Kenny, Kenny ist es und äh... Warte, Disco kurz Hä? Ne, warte, Kenny ist es aber auf jeden Fall Oh, ich lebe Kenny, was siehst du? Meine Fresse Ich seh das ja wohl Warte, ich... Ich bin Detective Kenny ist safe Kenny, nee, Kenny ist äh... Der Tier, wen hat er denn gemacht? Kenny Ich hab gar nichts getan Sieg mir, wenn du ihn hast, den Hins helps Ich hab gar nichts gemacht Ja, aber Simi, Simi oder Kenny Einer von euch hat den mit dem Boomerang gemacht Das haben wir hier hinterher gesehen Und... Ja... Und... Simi ist es wahrscheinlich auch ins MC4 gewesen gewesen, genau ich habe den boomerang bekommen also wenn du es plötzlich meint hier hinterlistig anzugreifen dann weiß sie mir ist der dritte warte mal aber sie ist auf jeden fall auch noch traiter das das liebte noch das kennys auch scheiße ich weiß ich kann nicht hören wir sind tot ja ich weiß muss doch für liebe sein oder wenn hier ist es hier aber wenn sterben und bitte ich dadurch es war das nochmal Bei mir wurde der Simeon gezeugt. Bei mir wurde der Simeon gezeugt. Das kann doch nicht sein. Gevin! Wenn mein Kader das Kabel rauszieht. Ich würde direkt eine Faust geben. Gondigo ist clean. Bist du? Wo bist du?